Wenn zwei Brüder sich streiten, wie kann man zwischen ihnen versöhnen? Man kann etwas Unwahres sagen, damit ihre Herzen wieder zusammenkommen. Okay? Was heißt etwas Unwahres? Es kann auch auf gut Deutsch etwas sein, was nicht stimmt. Warum? Weil das Ziel ist, diese Herzen zusammenzubringen. Dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, alles, was Lüge ist, verboten hat, außer drei Situationen. Welche Situationen sind das? Wenn man zwischen zwei Personen schlichtet. Welche noch? Welche noch? Bitteschön. Im Krieg. Im Krieg, sehr gut. Und? Zu seiner Frau. Zu seiner Frau. Du kannst ruhig deiner Frau sagen, du bist die schönste Frau. Du darfst dabei nur nicht lachen. Du kannst das zu ihr sagen, kein Problem. Das ist keine Lüge, wenn du es auch nicht ernst meinst. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Du kannst das. Du kannst da. Du kannst duığını benutzen. OULD dir auch nicht ihre china. Untertitelung des ZDF, 2020